Jetzt geht es aber hin, oder? Jetzt geht es zur Racherin. Schau dir nicht zur Racherin. Da ist das Ziel. Ziel. Schau, siehst du die Glocke? Da hinten, oder? Ja. Jetzt kommen wir wieder zu den Mankei, zu den gefährlichen, die auf der Straße sitzen. Und die Autos zum Bremsen bringen. Ja, ein paar fette. Achtung! Genau in derselben Stuhl. Damals war es ja dann so, dass sie nicht einmal mehr weggegangen sind. Das ist halb einer Frühstück. Das ist ja ein Mankei, das ist erwischt. Das gibt Gas, das gibt Gas. Ja, das rennt ja wirklich rein. Oder so. Oh, das ist ein Holz. Ja. Sie haben den Selbstmordversuch wieder nicht geglückt. Bei großem Kleiner. Schau, die gehen da gar nicht weg. Ich bin am Verzweifeln. Ich bin am Verzweifeln. Das ist leider gut, dass ich in die Hose kam. Dass wir da oben irgendwo weggehen können. Weil da oben noch. Wir nehmen die Hose kam. Ja, ich bin am Verzweifeln. Vielen Dank. Das ist ein Schuss. Das ist eine Autoskarte. Wir helfen auch hier. Das ist ein Schuss zu sehen. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist der alte, der alte Bär. Das mag lieber was zum Fressen haben, hat's gesagt. Es hüpft jetzt ins Auto rein und holt sich was. Ja, schau, was ich krieg. Die Bedeutung ist flach. Die Riffle ist auf der Unterseite. Aha, das Motor. Nein, nein, reinfahren.